Tausende haben erneut in der slovakischen Hauptstadt gegen eine Überarbeitung des öffentlichen Rundfunks protestiert. Kritikern zufolge würde dieser Plan den Rundfunk vollständig unter staatliche Kontrolle bringen. Die Regierung des populistischen Ministerpräsidenten Robert Fizzo hatte dem Plan zugestimmt. Der Rundfunk würde abgeschafft und durch eine neue Organisation ersetzt werden. Unter anderem Journalisten und die Europäische Kommission kritisieren diesen Plan Heft.